Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute testen wir mal was passiert wenn man in Minecraft 1000 TNT Blöcke explodieren lässt. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Bevor das Video startet ein kurzer Hinweis. Dieses Video wird euch präsentiert von Otex True. Er hat 138 Abonnenten. Vergesst auch nicht bei ihnen ein Abo dazulassen, wenn ihr bei mir einen da gelassen habt. Bei ihnen ist er auf jeden Fall sehr große Abwechslung. Er macht verschiedene Videos wie zum Beispiel auch Hello Neighbor. Und ja, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt let's go mit dem Video. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Schokolade, Zucker